Audio Journal Noch eben den Mod da? Ja oder? Easy bist du da? Oh kurz was von dir Ähm, ist das eh eingestellt auf nur Follower Mode bei mir grad? Jetzt sind wir schon wieder da, ach Gott Ich brauch eine scheiß Karte man Wir sind von da gekommen Dann sind wir da runter Danke, hast du das wollt ihr nur wissen Das ist hier, das war das Ja, sag ich ja Wir hatten das zweimal So, wenn ich da jetzt wieder hergehe Komme ich wieder beim Auto raus, ne? Oder? Ja, da ist wieder der Auto Ja, da ist wieder der Auto Wir sind glaub ich von da gekommen beim ersten Mal Ja, jetzt gehen wir da nach oben Boah, ich hab irgendwas hier im Auge Ja, da ist wieder dieser Dreckigabomb Da ist wieder dieser Dreckigabomb Ja, das hört sich eh nicht an, ob da Hexen sind Sondern was Nur Gott weiß was da ist, oder? Ich verstehe es nicht mehr Ich verstehe es nicht mehr Wir gehen gerade weiter, wir gehen nicht runter Moin Zen Toxic Fuchs Was geht, Bro? Nee, die war alles gut Nee, die war mein Lieber, da ist er ja Wie geht's, Bro? Alles fit? Ah, du hast nichts Aber jetzt sind wir richtig, oder? WTF, wie, was, wie viele Autos gibt Also es ist schon jetzt sehr, sehr brainfuck Da geht's nicht weiter Nein, die Spooky Geräusche sind auf jeden Fall Viel beim Haus, also beim, beim, beim Diesem komischen Baum Und beim Wir gehen gleich noch mal zum Haus Was war das? Hehl! Mal sehen, ob du etwas finden kannst, buddy Mal sehen, ob du etwas finden kannst Das hört sich echt nicht angenehm an, ich sage euch das Wirklich Nichts, eh? So, hier sind So, hier sind Schiehe Geräusche Steck fest Beim Baum Wo waren das jetzt? Wo waren das jetzt? Nein Aha, was ist? Aha Na To, Köppig Tomat Wir haben Tomat gefunden Ich weiß auch schon immer, wo ich bin, Bro Ich spielst du was und ich spiele auch was und aber momentan eher weniger Yes, war da gut Tomat Ja, braver Bub Ja, schau, da loben wir dich ja mal Wo waren das? Haustier Komm her, Lan Good boy Ja Okay Bro, danke dir für den Sub Aktuell im zweiten fortlaufenden Monat Wenn du willst, küss dich auch dein Herz Danke dir, Bro Was ist jetzt? Also laut denen solltest du tot sein, Bro Steibere Komm her, Hör mich So Wir gehen jetzt mal einfach diesen lauten Geräuschen nach Boah Erst Da habe ich doch zu seinem Foto gefunden Geht ruhig einer, aber süß Oh Schwierig ist es, alle Fotos zu finden und nicht die Hosen voll machen währenddessen Ich glaube auch, das Video hat sich einfach drei Subs raus Ich danke dir vom ganzen Herzen für die Subs Einmal Ehre an Foxy Danke, 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 bitte bedankt euch mal alle ganz ganz doll bei ihr Leute Leute, ich glaube ich gebe das bald auf mit Ah, nein, nein, nein Jetzt sind wir woanders, oder? Aber jetzt sind wir wieder beim gleichen Also An alle die was kurz nicht da waren Wir waren hier drinnen Hier war wieder ein Bericht Dass die Geister Empfindlich sind auf das Licht, aber man kann sie provozieren und bla 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 So, dann habe ich da drauf geklickt, aufgemacht und das war's Mehr kann ich hier nicht mehr machen Ich kann hier nichts anklicken Anscheinend braucht man Batterien Batterien Gibt's keine Und seit dem Zeitpunkt laufen wir, glaube ich, schon zum dritten Mal oder gefühlt zum siebzigsten Mal im Kreis Challenge gezeigt Wirklich, ich danke euch, danke, danke, danke Danke Okay, siek Medica hat ein frisches abbekommen Nichts, oder? Was ist, wenn ich... warte mal, warte mal, warte mal, geht das noch, so? Tomat Peters Wir machen wir da, nehmen wir mal ein Leckerli, komm her Nein, nein, nein Ja, ja, Funkgerät und Dings habe ich mir gedacht, vielleicht, ähm Dass er noch mal schnuppert an der Kappe und sowas, ne? Torzade Dann machen wir mal Funkgerät Alice, die Base Emmett, ich wollte nur sagen, äh Ja, ich weiß, ich habe es geklappt und ich bin sorry Was? Ich habe dir bereits gesagt, Alice Was ist getan, ist getan Ich hatte keine Schwierigkeiten im Vergangenen Du hast die Kinderkappe, du bist noch in einem Stück Und hey, zumindest haben wir noch einen Radio-Kontakt Alles in allem, könnte es viel schlimmer sein Ja, ja, du hast recht Danke, Emmett Okay, übernommen So, was ist wenn wir... Wir schauen uns noch mal kurz das Video an, oder? Nachtsicht an, oder? Ich bin also noch auf, was wir schauen, fast times bis zum Tiefen Jahr 6 Jahre 6 Jahre Irgendwann Ich kann mich noch nach dem Tiefen Ich muss nur sagen, dass wir los nicht in den Tiefen Tiefen Es ist eine dumme, die zwar zu beherHmmben Ich kann es für mich, weil wir nichts für ihre Situation Ich muss mich darum geben, dass wir hier noch nicht Und wenn wir die Mufeizungen Nein, ich brauche keinen Tipp, warte kurz, lass mich kurz, ich wollte mal nochmal das Video anschauen, vielleicht ist da ja was, ne? Tipp rot, krummen Spur. Ist das überhaupt ein Auto oder was, bin ich scharsaugert? Das schaut mir nicht unbedingt nach einem Auto aus. Dann war es schon eine verlassenes Auto. Hallo? Hallo? Ja, aber wenn man wenigstens irgendwie so halbwegs klettern könnte. Du dreckiger Baum kannst mich immer gerne haben, langsam. Du dreckiger Baum kannst mich immer gerne haben, langsam. Ich frage mich, warum der so laut ist. Wir haben da schon alles gemacht beim Baum. Aber ist das da mit den umgefallenen Baum, das Auto? Aber ist das da mit den umgefallenen Baum, das Auto? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ist das überhaupt das hier? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ist das überhaupt das hier? Das stimmt, stimmt. Ich kann dich ja noch beeinflusst. Alter, Hund, hör auf zu bellen! Okay, seek! Oh, du hast nichts? Bin ich beim richtigen Auto überhaupt? Weil ich bin, es gibt ja zwei Autos, oder? Weil hier ist auch nichts, was, muss ich jetzt nur checken, Baum und Auto, ja, warte, gehen wir mal zum anderen. Da siehst du! Wo ist das andere Auto? Oh, das ist das andere Auto! So, da fokuss ich gerade weiter. Ja, okay, und wir erkennen jetzt den Unterschied zu dem und zu dem anderen Auto. Diese Auto muss es sein. Oder? Schau einfach wieder vorbei, Schau einfach vorbei Valentino, danke mir. Schau einfach wieder vorbei Valentino, bleib einfach dabei, dann wirst du es schon merken. Amir, Bruder, aber ja, verzeifnis ist im Ziemann. Seuza Amir, Bruder, das ist Bleavich, Bleavich, Bruder. Warte mal. Ich würde gern so. Seuza Amir, Bruder, es muss doch dieses Auto sein, oder nicht? Von welcher Perspektive ist der Baum umgefallen damals? Wo ist der mit dem Videoaufnahme teilgestanden? Hier gibt es ja auch nirgends so einen broken Baum um dir denkt. Okay, was geht ab mit dir? Was geht ab, Foxy? Wow, 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 zwölf Sub und sie hat Metaherz überholt. Ich küsse doch dein Herz, danke für die ganzen Subs. Ich wollte nur die Nummer eins, sorry. Ich danke dir, ich danke dir vom Herzen. Gut, da muss es, da muss es dort sind. Das heißt, die sind ja dann hier gegangen. Such einmal da nach Brot, Bruder. Geh auf mein Level. Die Nacht ist noch jung. Hast du nichts? Okay, wir müssen uns jetzt da wieder konzentrieren. Was kann ich aber mit diesen Bomben? Das war doch nicht dieser dreckige Baum, der was umgefallen ist, oder? Fendi? Das ist nicht dieser Baum. Er macht halt am meisten Drama, dieser Baum. Ja, da schon. Okay, das wird schon langsam. Naja. Aber Batterie leer. Ich bin ein bisschen zu dunkel, kann das sein? Man sieht kaum meine Fresse noch. Aber ich habe genug beleuchtet. Das war ja schon. Das war ja schon. Aber wir sehen uns mal wie lange. Das war auch schon. Ich habe aufgeregt. Das war ja sicher. Ich bin ein. Vielen Dank.